Der Bruder fragt, wenn eine Frau Gold besitzt, wie soll sie das machen mit der Sakka? Hier unterscheiden wir Achil Kerim. Wenn die Frau das Gold hat, welches sie auch trägt, trägt sie das Gold? Anlässt, manchmal. Du verrat, du machst es uns wirklich sehr leicht. In welchem Schrank? Nee, Spaß beiseite. Also, trägt sie ab und zu das Gold? Also, die Sache ist so. Die meisten Gelehrten sagen, wenn die Frau das Gold trägt, auch wenn es ab und zu ist, dann gilt das als Schmuck und dafür braucht sie keine Sakka zu entrichten. Und manche Gelehrte sagen, dieses Gold, dafür soll sie einmal im Leben die Sakka bezahlen. Okay? Einmal im Leben. Man nimmt den Grammwert und multipliziert das mit dem Preis. Oder sie lässt das bei einem Goldhändler schätzen und dann zahlt man die Sakka da drauf. Das heißt mit Geld natürlich, ja? Du brauchst jetzt nicht das Gold abzubrechen und so eine Hälfte zu übergeben. Okay? Nein. Aber, pass auf, wenn sie das Gold als Kapitalanlage nutzt, dann muss sie jedes Jahr die Sakka darauf bezahlen. Das weißt du bestimmt gar nicht, he? Es gibt Geheimnisse zwischen Frauen, man. Das würdest du dir auch nie sagen. Das war's. 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 Das war's.